Servus Leute und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fallout Shelter. Ich habe eine Bewertung und sie ist ein bisschen besser als letztes Mal. Es gibt erstmal Kronkeuge. Wenig Wasser. Das Kind ist erwachsen, es rennt nämlich da schon rum. So, dann machen wir hier mal überall rein. Ich bin auch wieder da. Sammel ein. So, was hatte der nochmal hier? S. Kannst direkt wieder arbeiten gehen. Ah, da ist er. P. Sehr gut. Fehlt mir hier noch einer. Okay, 600. Ich brauche 1000, damit ich hier das Aufseherbüro machen kann. So, der hat eine Knarre. Komm hier, der Pfarrer. Hm, besser als eine Faust. Yay. 25 Kronkeugen. Hey, was? Ah, war toll. Red Kakerlaken. Hopp, tritt ruf. Jetzt am Anfang geht's noch. Aha. Eine ist schon platt. Zweite ist platt. Sehr gut. Was habe ich jetzt als nächste Aufgabe? Finde den mysteriösen Fremden dreimal. Verkauf eine Waffe oder ein Outfit. Sammle 100 Energie. Hm, ja. Die Energie, die geht ja... Von alleine. Ähm... Die kriegt mal das. Moment, erstmal hier. Hab ich doch noch Waffe eigentlich? Ne. Äh... Ich hab nix mit S. Verdammt. Okay. Dann kriegst du erstmal der Handwerker overall. Was ein bisschen komisch ist. Hm. Gibt es eigentlich... Achso, ja. Es gibt ja Boni. Wenn die ihre Klamotten wechseln. Na, immerhin. 631. Ha. Erwischt. So. Dann ist die nächste Sache. Jetzt kann ich ja wieder erstmal warten hier, bis die hier... Ihr Zeugs fertig geforscht haben und so. Und fertig produziert. Wie ist denn das eigentlich mit... ...dem Virtual Reality Zeug? Weil ich habe jetzt gerade gesehen, es ist ein Update... ...da für Subnautica. Subnautica würde ich eigentlich auch gerne mal wieder zocken. Das blöde ist halt nur, dass... ... bei jedem Update darf man wieder von vorne anfangen. Und das... ...will ich eigentlich erst dann... ...zocken, wenn... ...das Spiel komplett ist, sag ich mal. Und äh... ...das kann man ja auch in... ...VR zocken. Jetzt ist nur meine Frage, muss ich mir jetzt für ein PC extra ein Oculus Rift holen? Für die Playstation dann... ...die Playstation VR und für... ...keine Ahnung... ...einfach so... ...dann das Samsung Galaxy mit diesem... ...ganzen Zeug. Weil da kannst du ja dann auch, äh... ...selber Videos machen. Und vor allem, wie gut ist das... ...dies... ...videomaterial, was da rauskommt. Weil ich habe keinen Bock mehr, jetzt da drei... ...Dinger da zu holen. Weil das wäre halt voll gut, wenn man einfach nur das... ...äh... ...samsung Ding nimmt... ...und dann für alles drei benutzen kann. Weil das ist halt schon, äh... ...ein Kostenfaktor, sag ich mal. Jedes Ding da... ...350 Euro oder was weiß ich wie viel. Beim Samsung weiß ich's nicht. Hab ich eigentlich... Ne, hab ich nicht. Yay, Wasser. Wird auch mal Zeit. Ähm... Ja genau, spiel mal Baseball im Vault. Hm. Soll ich lieber den Raum verbessern... ...oder mir den... ...aufseher Dinger holen? Hm. Ja. Auf jeden Fall ist halt, äh... ...ich weiß nicht. Ich hab schon Bilder gesehen. Auf Facebook kann man die ja... ...so angucken. Diese 360 Grad Bilder. Bei dieser Kamera von dem... ...Samsung... ...da ist ja irgendwie immer so ein komischer... ...wie so ne Kante drin. An einer Stelle. Das ist ja schon ein bisschen... ...also zumindest... ...wenn ich das auch auf Facebook angucke. Wie das sonst ist, weiß ich nicht. Hm... ...ich überleg grad... ...ma komm. ...er darf Pfarrer spielen. Äh... ...so. Ich nehm einfach mal einen, der... ...in der letzten Zeit kommentiert hat. Auch wenn's nicht hier ist. Aber... Hm. Dann... ...kommen hier mal ein paar... ...Namen rein. Außerdem hat er ja abonniert. Dann darf ich jetzt aber zugucken, was der da so macht. Okay. ...Pfarrer Dehner. Mit... ...ner Winchester. Ich glaub, wenn ich das Aufseherbüro hab, schick ich den gleich mal irgendwo hin. Auf ne Quest. Was jetzt auch nicht schlecht wär wär wär, wenn der... ...der Außerirdische... ...der mysteriöse Fremde noch mal auftauchen wird. Ne. Ne Andrücke da. Jetzt guck ich aber doch noch mal nach. Äh, äh, äh. Tausend, doch. Das wär's jetzt gewesen, hey. Wenn ich die Kohle schon hätte. Warte mal. Ah ne, das war hier. Hm. Komm, ich triggere mal einfach die nächste... ...Aufgabe. Hm, Schlafanzug. Verkaufen. So. Schauen wir mal, was die nächste Aufgabe ist. Hä, was? Warte mal. Ich hab... ...doch 775 gehabt, oder nicht? Für die Aufgabe hab ich 25 gekriegt. Sammle 100 Wasser. Ja gut, immerhin. Dann hab ich noch ein Huni mehr. Hä? Wo ist er? Da ist er. Da ist er. Jawoll, ja. So. Gib her. Halte 8 Unfälle auf. Nee, ich mach jetzt erst mal einen. Glückwunsch, du hast gerade das Aufseerbüro gebaut. Du kannst jetzt Teams aus Bewohnern vom Vault aus auf Quests schicken. Ja, ja. Hä? Abgestürzt, oder was? Ah. Tödli, leuchten deine Red Kakerlack und beende dein Training. 20 Stunden! Und ich krieg nen Billardstock. Aber dafür auch hier so n... ...Dings. Ich will die jetzt nicht anwählen, du Affe. Sag mal, will der mich verarschen? Hä? Gut, hier. Mach halt. Du wirst mich zu nerven. Verpiss dich, Pip-Boy. Äh, äh, Vault-Boy. Was auch immer. Mir geht dein Name gerade nicht in dein Kopf. Hau ab jetzt! Ich will selber entscheiden, was ich hier mach, du Arsch. Du grinst immer so blöd. Ja, ja. Hier, guck. Ja, hier, mach. Ey, was ist denn das, man? Dass man gezwungen ist, das zu machen? Ich find das kacke, wenn man in nem Spiel zu irgendwas gezwungen wird. Aber irgendwie ist das cool. Hä? Wo ist die dritte? Ah. Darf ich jetzt... Ja, schön. Irgendwelche komischen Zieldinger und überhaupt. Ich fand das geilisch, die hatten nicht mal ne Waffe. Wo sind die Desinfektionsmittel, wenn man sie mal braucht? Weiß ich nicht. Irgendwas war da noch mit so komischen gelben Kreisen. Hey, cool. Keiner da. Hm. Ich glaub das ist gar nicht schlecht, wenn da Red Away rumliegt. Wenn ich da zu so ner leuchtenden Red Kakerlake gehe. Die Red Kakerlake kommt auch immer auf ProSieben. Äh. Wir haben's fast. Yay, ein Handschuh. Noch irgendwas? Also das erklärt sich eigentlich von selber. Alles was leuchtet und blinkt irgendwie, muss man mal nachgucken. So, jetzt erstmal gucken, was die hier machen. Oh ja. Das ist ja... So. Aha. Ja. Die Kakerlaken haben immer irgendwelches... Äh. Garn dabei. Aber Panzerband? Beste. Siehe Müffbusters. Okay. Wo ist die Kakerlake? Nee, das ist sie nicht. Das war jetzt mal High Speed. Aber ich glaube... Hä? Die sind das nicht gewohnt. Dass man bei der ersten Quest schon Waffen hat. Da ist sie. Ja, genau. Schieß erstmal das Viech weg. Hm. Jetzt wollte ich gucken, wie das Ding lebend aussieht. Und dann knallen sie's grad ab. Yeah. Eine Lunchbox. Sehr gut. Ein komischer Billardstock. Ich sag mal so. Am Anfang, wenn man gar keine Waffe hat, kann ich die da jetzt eigentlich direkt ausrüsten. Besser als nix, ne? Achso. Ich hab gar kein Outfit gefunden. Ähm. So. So. Dann ist das Red schon mal weg. Einfach so. So. Und wie komm ich jetzt hier wieder raus? Einfach hier drücken, oder was? Tod. Tod. Überall. Auch Antidepressiva. Ach guck, jetzt rennt sie mit dem Billardstock rum. Ist ja lustig. Und der Dehner hat seine erste Quest erfüllt. Der Hammer. Und der ist sogar als erster wieder am Ausgang. Das ist ein guter Junge, du. Das finde ich irgendwie cool. Ich glaube, ich... ...mach da die Leute öfters auf Quests... ...reise gehen lassen... ...Zeugs. Hä? Manchmal hau ich Sätze raus, da weiß ich selber nicht, was das für eine Kramatik ist. Hä? Äh, okay. Cool. Der hat mir jetzt hat geholfen und hat mir da ein bissl... Nuka Cola spendiert. Der Typ. So, sammle ihn mal ein. So. Der war hier. Äh, die war... ...hier. Minus eins. War die hier? Oder war die hier? Ich glaube, die war hier. 2, 4, 5... Nee. War sie nicht. Hä? Hm. Aber auf jeden Fall cool. Die hat direkt mal noch, äh, ein Level gekriegt. Okay. Warte. Ha. Ist ja super, wenn man hier Quests erfüllen kann. Da krieg ich die Kohle. Äh, warte. Ach so. Falsch. Der ist da oben. Öffnen wir mal die Lunchbox. Mal gucken, was drinne ist. Was? Right away. Wow. Militärisches Klebeband. Ist das so special, oder was? Ne ledere Song. Mhm. Hm. 100 Phone-Kolken. Uniform des Überlebenskünstlers. So. Warte. Ähm. Okay. Gut. Warte mal. Kann die die auch anzünden? Anzünden. Anziehen. So. Aber der kann. Vom Fahrrad zum Überlebenskünstler. Hä? Hä? Den hat ne Glatze. Wollen wir nachher fangen spielen? Mit denen da oben, oder was? Wo laufen die eigentlich hin? Ah ja. Das ist ziemlich seltsam. So. Gucken wir mal. Komm, benutze deinen Stockwänden schon, Hush. Ey, der erste Raider ist schon kaputt. Oh, der zweite Raider auch. Na los. Kein Bock, dass die jetzt noch weiter rennt. Oh, verdammt. Wo geht's denn hin? Da runter. Hoffentlich lassen die wenigstens ne Waffe oder irgendwas da. Hä? Hat keiner was gemacht. Vom Rennen gestorben. An Erschöpfung. Fall um jetzt. Jawohl. Jawohl. Äh... Okay. Ein Raiderangriff ist ein Unfall. Von mir aus. Aha. Einsammeln. Oh, der Hund. Nicht... Oh, ne? Hm. Hm. Jetzt wollte ich grad sagen, nicht drauf pinkeln, weil er grad das Bein gehoben hat. Ich meinte eigentlich damit... Hey, kann man das auch verbessern, oder was? Schicke Bewohner los und zwei Quests gleichzeitig zu erledigen. 30 Bewohner erforderlich... erforderlich... sage mal... Warte mal. So. Je mehr die... Äh... Punkte haben... ...für die jeweiligen Räume, desto besser, ne? Wasser! Okay, einmal muss ich noch Wasser sammeln und dann ist das auch wieder durch. ... Halte acht Unfälle auf. Sammle 100 Wasser. Erhöre die Zufriedenheit. Äh... Das wird schwierig. Wo seh ich die? Da. Hä? Noch 75. Was ist mit dir los? Auf 75? Achso. Deswegen wahrscheinlich. Oh. Wo ist er? Da ist er. Hä? Ey! Was soll der Geiz? Das Gute ist ja, dass sich das eigentlich ja wieder auffüllt, bis ich das nächste Mal wieder zocke. Aber... Ich mach's trotzdem. Nicht, dass jetzt nochmal gleich irgendein Angriff kommt oder so. Achso. Die haben ja gar keinen Schaden genommen, glaube ich. Ne. Bei denen ist die ja einfach so umgekippt. Jetzt guck ich aber nochmal ins Lager. Achso, das geistliche Outfit. Charisma und L. Komm, dann kriegst du das. Je mehr Platz ich im Lager hab, desto besser. Okay. 34%. Hm. Wenn's schief geht, kann ich wenigstens noch einen Unfall... Okay. Mal grad sagen, da kann ich wenigstens noch einen Unfall, äh, beheben. Oder aufhalten. Oder... Wie auch immer das da heißt. Gut. Das heißt, ich hab meine erste Quest erledigt. Mein erster Bewohner. Oder besser gesagt auch Abonnent, äh, steht jetzt hier drinnen. Mal gucken. Folge Paula Plumpkins Weg zum Vault, 730, 30 Minuten. Breitseite. Finde Informationen über den New Boston Bugle. Der lebende tote Briefkasten. Den Weg freimachen. Die Kammerjäger. Äh, äh, äh. Was sind das hier? Maschinenteilfabrik. Feuerunterstützung. Stufe 20. Hat ja noch gar keiner von meinen Männchen hier. Hm. Hm. Informationen über den Bugle finden. Oder den Paula Plumpkin Weg. Ich glaub, ich mach erstmal das, weil... Das sind nur 7, das hier sind 15. Außerdem dauert es 5 Stunden, bis der da ist. Oder die. Die. Wen nehmen wir denn? Den da? Die hat Level 41 schon. Ach komm. Das ist ja voll gut. Der hier hat auch voll die... Abilities hier, was geht. Na komm. So machen wir das. So, gibt es hier nochmal Strom. Hä? Welchen Bewohner habe ich denn jetzt hier auf 100% gekriegt? Warte. Ann Curtis. Die ist im Forschungslabor. Der auch. Wasserbehandlung. Allergut. Das ist ja cool. So. Zeig her. Hier könnten mal wieder so ein paar Lunchboxen auftauchen oder irgend sowas. Rüste zwei Bewohner mit einem Outfit aus. Ähm. Mal gucken, geht es? Hä? Cool. Bescheißerle. So. Ja, ja, ich weiß wenig Wasser. Tötet zehn Kreaturen im Ödland. Das heißt, ich muss jetzt noch einen losschicken, der noch rumrennt und, äh, Viecher killt, oder was? Ähm. Ähm. Nee, das lasse ich mal. 44%? Na, nee, das lasse ich. Ich warte jetzt eigentlich nur noch drauf, dass da das Wasser nochmal fertig ist, weil ich bin nämlich schon ein bisschen über der Zeit drüber wieder. Liegt aber auch daran, dass da dieser Quest-Blödsinn noch mit reinkam, weil der ja unbedingt hier mir zeigen musste, wie das funktioniert. Obwohl es eigentlich ganz cool ist. Und dann schauen wir mal, was in der nächsten Folge dann bei der Quest abgeht, die ich jetzt gestartet hab. Ähm. Was wollte ich grad sagen? Ah doch, das geht. Ich könnte im Prinzip nochmal zwei Leute da oben in den Raum hier stecken. Dass man noch einen neuen Bewohner kriege. Ab wie viel Bewohner gibt's in den nächsten Raum? 20. Radiostudio. Bock mir nicht. Das hab ich... Das hab ich, glaub ich, auch nie gebaut. Auf dem Handy. Wo jetzt mich, glaub ich, genervt hätte, wenn da ständig neue Bewohner hier rumstehen. Und rein wollen. Aber mal gucken. Wen wir zum... Radiodienst verdonnern, falls ich's baue. Ah. Okay. Lassen wir die Raider nochmal angreifen. Und dann ist aber Schluss. Haha. Kann ja eh sonst nix machen. Na hopp. Ich hab die Tür noch nicht mal versteckt. Ihr braucht zu lang. So, die ran jetzt bestimmt wieder komplett oben einmal ganz durch. Kunz. Da rin die Kunz durch. Und dann Kunz und dumm gucken. So. Jetzt hab ich die mit den Waffen weggeschickt, natürlich. Na toll. Bis auf die da. Die vielleicht acht Schaden macht, oder auch nicht. Okay. Und Steam Packs hab ich auch keine. Fällt mir da grad auf. Na komm. Das blöde ist, ich hab denen so komische Rüstungen gegeben, dass ich jetzt grad selber grad Probleme hab zu sehen, welche jetzt davon die Raider sind. Okay. Okay. Müsste ne Raider sein. Ja. Sehr gut. Hä? Was macht denn hier da? Die haben auch keine Waffen, weil die auch weggeschickt ist. Auf Quest. Ist ja super. Mann. Und ich wollte 20 Minuten Folgen machen. Klappt ja super, wie man sieht. Weil hier auch alle zwei Sekunden irgendwelche Raider angreifen. Na haupt. Macht mal einen davon platt hier. Okay. Ja. Die sitzt schon wieder. Ist. Da hat auch noch keiner eine Waffe. Habt ihr euch jetzt bald positioniert hier? Kann man eigentlich von den Raidern die Gesundheit aussehen? Und was passiert, wenn die im... Ah. Okay. Was passiert, wenn die jetzt da unten im letzten Raum gewesen sind, immer noch nicht gekillt wurden und... Fangen die dann nochmal von vorne an, oder was? Find's trotzdem doof, dass nicht alle irgendwie... Erfahrungspunkte kriegen. Die haben drauf gehauen, die haben drauf gehauen, die haben drauf gehauen. Ein Glück... ...lädt sich die Lebensenergie wieder auf. Na haupt. Fall um jetzt. Kann ich auch mit drauf klicken. Okay. Gleich sehen wir, ob die dann einfach abhaut, oder... Hm. Das ist irgendwie seltsam. Die anderen sind schneller umgefallen. Aha. Na endlich. Kaputt. Hopp. Hier. Fertig. Hm. Halte acht Unfälle auf. Zwei Unfälle und jedes Mal... ... ein Raiderangriff. Jawollja. Repetiergewehr. Kronkeuken. 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 Verloren gegangen. Oder es wurde von den Raidern getrunken. Keine Ahnung. So. Zehn Minuten über der Zeit, aber egal. Dann sag ich jetzt halt mal, wir gucken mal, was die... ...drei Leutlis da... ... auf ihrer Quest in der nächsten Folge finden. Und... ... wen wir dann hier wieder Nachwuchs produzieren lassen. Damit wir den nächsten Raum freischalten. Und dann mal schauen, was passiert. Vielleicht schicke ich noch mal einen ins Ödland. Einfach so. Damit, äh... ...diese andere Quest da... ...mal fertig ist noch mit... ...und ich töte was weiß ich wie viele Viecher im Ödland. Alla Hope. Bis dann.